Herzlich Willkommen zur 92. Folge des Mana-Entzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche. Ich habe heute einen Gast am Start noch nie da gewesen und zwar die liebe Frau Hase. Herzlich Willkommen Frau Hase. Vielen lieben Dank, lieber Jakob. Schön, hier zu sein. Ja, ist doch selbstverständlich. Ich erinnere mich noch, wie die ersten Spoiler zu Bloomberg rauskamen. Hast du mir geschrieben, hey, ich hätte voll Lust bei Bloomberg mit in der Podcast-Folge zu sein. Und ja, jetzt gesagt, getan. Ein Wort und der Tat sozusagen. Sehr, sehr cool. Ich freue mich riesig. Ja, ich mich auch. Es ist auch für mich das meisterwartetste Set dieses Jahr vom Flavor auf jeden Fall. Und von dem, was wir so schon sehen durften, weil heute nehmen wir auf am Donnerstag. Das heißt, die Commander-Decks werden heute gespoilert. Da habe ich auch schon ein paar coole Karten gesehen. Wir haben uns aber unsere Top-Karten, worum es jetzt in der Folge gehen soll, aus dem Main-Set rausgesucht. Bevor wir aber jetzt in die Startphase gehen und wie ihr wie immer wisst, wenn ich einen neuen Gast am Start habe, möchte ich die Gästin kennenlernen, will ich wieder aufmerksam machen. Es gibt einen anderen Zug, Patreon. Das heißt, ihr könnt den Podcast und das Projekt unterstützen, indem ihr Patreon beitretet. Dadurch bekommt ihr die Podcast-Folgen als MP3-Download einen Tag vor Veröffentlichung bis hin zur Erwähnung in den Shownotes und in der Videobeschreibung bis hin zu einem monatlichen Patreon-Call, wo es gerade dritte erst war die Woche. Und diesmal haben wir über gesprochen, wie man Skryfall besser nutzen kann. War auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Und ja, und ich verlose einmal im Monat ein kleines Goodie von Ultimate Guard. Aber so viel dazu, dann würde ich sagen, wir gehen in die Startphase. Und Frau Hase, ich freue mich, wir haben schon öfter miteinander Magic spielen können, denn über Streams und über Spelltable konnten wir das Ganze schon machen. Aber ich kenne dich noch nicht so gut, wie ich es vielleicht wollen würde und deswegen holen wir das jetzt ein bisschen nach. Deswegen wollte ich fragen, woher kommst du und was machst du so beruflich? Naja, ich komme aus einem kleinen Dorf hier im schönen Chiemgau, Chiemsee-Region und beruflich. Also ich bin Bildungsbegleitung und Seminarleitung bei einem Bildungsträger und ich bin aktuell in einer Jugendmaßnahme tätig von der Agentur für Arbeit. Das mache ich jetzt in dieser Maßnahme seit über vier Jahren und wir helfen Jugendlichen dabei, eine Ausbildungsstelle zu finden. Oh, das ist sehr spannend. Das heißt, du hast mit Jugendlichen zu tun, die wahrscheinlich so in einem Alter wären, die theoretisch auch Magic spielen könnten, richtig? Ja, schon. Also die sind so 16 bis 24 Jahre alt, haben in der Regel ihre Berufsschulpflicht erfüllt und ja, wir haben auch schon Magic gespielt. Echt, das ist sehr cool. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Gäste am Start gehabt, ich glaube, Shiny zum Beispiel ist auch, glaube ich, im Bildungswesen tätig und so. Und ja, ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen das Hobby auch noch mit dem Beruf verbinden kann, so über Umwege. Ja, ziemlich, ziemlich coole Sache. Hast du denn in jüngster Vergangenheit spielen können mit den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen oder ist es eher so ab und zu mal schon länger? Ja, also das mache ich normalerweise immer so im Sommer, wenn jetzt so die Maßnahme in den letzten Zügen ist und alle haben halt schon ihre Ausbildungsstelle gefunden und wir schließen so das Ganze ab, dann mache ich das eigentlich immer. Aber dazu hat sich dieses Jahr jetzt irgendwie nicht die Gelegenheit ergeben. Also mit den letzten beiden Durchgängen habe ich es gemacht. Die haben auch richtig Spaß dabei gehabt. Also die Precon Commander Decks sind ja immer gut. Aber wie gesagt, dieses Jahr hat sich das irgendwie nicht ergeben. Ja gut, vielleicht ergibt es sich ja wieder, ich finde es auf jeden Fall immer sehr spannend, in welchen verschiedensten Branchen Leute unterwegs sind und beziehungsweise auch Content Creator. Denn du bist ja auch Content Creator, du machst auch Content für Magic, aber auch noch für mehr. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Genau. Also bei mir kam das ja eigentlich erst sehr spät, dass ich diese Idee hatte, einfach Content zu machen. Ich wollte ursprünglich was machen zum Thema Lego, also Sets vorstellen, Speed Builds machen und sowas. Ähnlich eben, wie es halt auch Brickstory gemacht hat. Und dann kam mir halt irgendwie zu dieser YouTube-Idee Magic dazwischen. Da konnte ich dann zeitmäßig das jetzt mit diesem Lego-Kanal nicht so umsetzen. Und ich habe dann aber immer, als ich wieder angefangen habe, ihm einen Professor zugeschaut vom Tolerian Community College. Und der hat dann eine Jubiläumsfolge gemacht. Da hat er dann so ein bisschen seinen Werdegang erzählt, wie er zu YouTube gekommen ist und wie er damit angefangen hat. Und das fand ich einfach ganz besonders toll, weil wir ja auch so einen ähnlichen beruflichen Hintergrund haben. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und der Kanal heißt eben auch deswegen Frau Hases Fantastische Welt, weil ich mich ja nicht nur mit Magic beschäftigen wollte, sondern generell einfach mit meinen Hobbys, die ich habe. Und aktuell ist es halt so Magic und Lego geworden. Ja. Ja, sehr, sehr schöne Sache, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt zur letzten Frage, bevor wir anfangen, uns die Mechaniken von Bloober Runs schauen. Wann spielst du eigentlich Magic? Also angefangen habe ich tatsächlich in der Schule, das war so 96 rum, so vierte Edition, Druckbilder. Und das habe ich allerdings nicht sehr lange gemacht, weil dann ging es in Richtung Ausbildung. Und dann hat man keinen mehr gehabt zum Spielen. Also das habe ich dann wirklich nur so aktiv gemacht, bis so Exodus. Und dann bin ich aber, ja, ich bin ja dem Genre nicht wirklich abgeneigt gewesen. Ich habe immer mal wieder so Starterdecks gekauft und solche Sachen. Das letzte war dann tatsächlich 2006 zur Zeitspirale. Oh, okay. Hast du einiges gesehen, ja. Ja, also zumindest von den Starterdecks her. Ich habe mir dir halt, ich habe dir halt in die Hand genommen, habe geschaut, was drin ist. Ist was Interessantes drin, ist nichts Interessantes drin und dann halt gekauft oder nicht gekauft. Ja, sehr schön. Und hast du dann quasi durchgängig gespielt oder hast du wieder aufgehört? Nee, nee, nee. Ich habe dann aufgehört, also nach 2006. Also wie gesagt, aktiv gespielt war ja dann nur zwei Jahre bis 96. Und so, wie gesagt, nur ein bisschen mal das, was mich interessiert hat, dass ich das gekauft habe. Und wieder angefangen habe ich dann Frühjahr 21. Da gab es dann so die ersten, ja, Spoiler zu Zeitspirale Remastered. Passt ja wunderbar. Und ich habe mich eigentlich erst dann wieder dafür interessiert, weil ich ja doch sehr gerne so Warhammer Minifiguren bemalt habe und auch Age of Sigma Figuren. Und dann hieß es ja, Warhammer kommt zu Magic. Und deswegen hat mich dann einfach das so bewogen, dass ich mir das wieder so ein bisschen anschaue. Und vorher war Kaltheim draußen, eben dieses Set, und das hat mir dann halt auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und so hast du dann den Weg wieder zu Magic gefunden. Und so habe ich den Weg wieder zurückgefunden. Ja, super, Wahnsinn. Das waren halt so einfach so lauter, so kleine Schräubchen. Und das war dann auch dieses schicke Planeswalker-Deck, was ich dann mal im Laden eben auch gesehen habe, wo ich gesagt habe, oh cool, Teferi ist ja ein Planeswalker. Ich habe ja schon seit Druckbilder immer gerne so blau gespielt. Und da war halt Teferi auch immer in den Flavortexten. Und mich hat das so gefreut, dass ich dann ihn wirklich als Planeswalker gesehen habe mit einem eigenen Deck. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber... Doch, ich denke schon. Also ich kenne viele Leute, die so richtig auf die Flavortexte schauen und vor allem dann sich sehr freuen, wie du eben Magic-Karten zu begegnen, die sie nur aus Flavortexten kannten. Ja. Deswegen, also ich persönlich jetzt noch nicht so richtig viele, aber weil ich spiele jetzt noch nicht so unheimlich lange. Aber vor allem, wenn man die Erfahrung hat, schon von den 90ern und dann sagt, ey, man hat die Flavortexte gelesen und dann, oh, die Karte kommt drin vor, oh cool. Das kann ich mir schon vorstellen, ne? Den kenne ich doch. Ja, wow, der ist ein Planeswalker. So hast du immer nur von ihm gelesen. Du wusstest jetzt nie wirklich, wie er aussieht oder sonst irgendwas. Also das war schon ein schöner Moment. Das glaube ich. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank für diese kurze Einführung. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gerne. Wir machen jetzt weiter mit der Hauptphase und wir schauen uns zuallererst erstmal, wie jedes Mal, wenn ein neues Set rauskommt, uns die neuen Mechaniken des Sets an und bewerten die so ein bisschen für Commander. Denn in dem Podcast geht es ja überwiegend im Commander. Wir wollen wissen, ob die Mechaniken halt auch wirklich spielbar sind oder ob wir sagen, dass es eher eine Mechanik, die speziell für Limited gut ist. Und die erste Mechanik, die wir uns anschauen, heißt Nachwuchs oder auf Englisch Offspring. Zeigen kann man es an der Karte, den Hütender Wildführer. Für 1 und Grün ist es eine Kreatur Opossum Droide, hat 2,2 und eben Nachwuchs 2. Das heißt, du kannst zusätzlich 2 bezahlen, also 2 generische Mana, so wie du diesen Zauberspruch wirkst. Falls du dir das tust, erzeuge, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, eine 1,1 Spielsteinkopie davon. Dann ist es eben, für ein Tappen erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe oder tappen und lege eine plus 1, plus 1 Marke auf diese Kreatur. Und ja, also das erzeugt dann eben diesen Spielstein, was eine 1,1 Kreatur ist, aber trotzdem die Mana Kosten der Ursprungskreatur hat. Das heißt, wenn man jetzt irgendwelche Zauber hätte, die sagen, zerstöre alle Karten mit, Nichtlandkarten mit Mana Wert 0 zum Beispiel, würde man die jetzt nicht erwischen. Dann würde es mich interessieren, Frau Hase, was denkst du von dieser Mechanik? Ich finde, es ist eine richtig tolle Mechanik, weil ich kann die Karte sehr, sehr früh spielen, dann kostet sie nur 2 Mana. Ich kann sie dann aber auch später im Spiel spielen, wenn ich einfach mehr Mana zur Verfügung habe und dann habe ich die Karte einfach doppelt da und kriege einen doppelten Nutzen raus. Und ich finde die Tokens so niedlich. Also jeder Nachwuchstoken schaut anders aus und die sind einfach so niedlich gemacht. Und die Synergie ist auch schön, weil das große Opossum synergiert gut mit dem kleinen Opossum. Genau, und das Lustige ist, auf dem Bild von der Hauptkarte ist tatsächlich das große und das kleine drauf. Genau, das ist total niedlich. Das ist echt ziemlich cool gemacht. Ich kann dir nur zustimmen, ich finde die Mechanik auch sehr, sehr cool für Commander M. Und erstens mal ist es halt dann auch für einen späteren Spielverlauf nicht unrelevant, vielleicht einen extra Blocker zu haben. Was ich noch besonders cool finde und ich glaube, das ist auch in Grün und in Weiß so eine Mechanik, die häufiger vorkommt, ist eben bevölkern oder populate. Und diese Spielsteine kannst du ja wieder kopieren. Das ist halt dann, normalerweise wird man einfach irgendwelche 3-3-Bs kopieren oder irgendwelche anderen. Aber wenn du halt Kreaturen kopieren kannst, die halt schon eine Kopie sind, aber relativ gute Fähigkeiten haben, ist es halt umso besser. Und deswegen finde ich die Mechanik auch sehr gut. Ich denke, die ist sehr spielbar für Commander. Die wird man dann entsprechend der Karten, wenn sie auch gut sind, denke ich, gut sehen. Die nächste Mechanik. Oder hast du noch was zu der Mechanik zu sagen? Ich wollte noch was sagen. Unser Opossum ist ja ein richtig schöner Mana-Dog. Also macht ja für zwei Mana ein Mana beliebiger Farbe. Er ist ja noch 2-2, also stirbt nicht gleich. Also das ist ja auch schon mal schön. Das stimmt, ja. Also die Karte an sich ist schon mal relativ gut, unabhängig davon. Und dass man sie kopieren kann, macht sie halt noch besser. Absolut. Genau. Die nächste Mechanik ist tatsächlich wahrscheinlich eine meiner absoluten Lieblingsmechaniken für Commander. Auch wenn sie jetzt erstmal in einem Set gedruckt ist, was natürlich, wenn man Limited spielt, wenn man 1 gegen 1 spielt. Aber die Mechanik Verschenken oder Geschenk, also Gift, also englische Gift, nicht das deutsche, ist so eine Mechanik, die ich halt wahnsinnig gut finde. Ich lese mal vor mit der Karte Welpenraub. Die kostet 2 und 2 Blaues, eine Verzauberung Aura und hat eben Verschenke eine Karte. Du kannst einem Gegner ein Geschenk versprechen, so wie du diesen Zauberspruch wirkst. Falls du dies tust, zieht er, wenn dieses permanent ins Spiel kommt, eine Karte. Es verzaubert eine Kreatur und wenn der Welpenraub ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Falls das Geschenk nicht versprochen wurde, lege 3 Betäubungsmarken auf sie. Du kontrollierst die verzauberte Kreatur. Das heißt quasi, du kannst entscheiden, ob du einem Gegner eine Karte dafür gibst, dass die Kreatur keine Betäubungsmarken drauf bekommt. Und du übernimmst ja sowieso die Kreatur an der Stelle. Aber ich finde es besonders deswegen gut, weil da steht nicht drauf, dass du es dem Gegner geben musst, der von dieser Karte betroffen ist. Also du kannst es auf eine gegnerische Kreatur spielen und einem anderen Gegner das Geschenk versprechen. Und das Schöne dabei ist, diese Karte wird auch nicht als Zauber, als Trigger versprochen. Also im Sinne von, dass das quasi auf den Stack geht, ja bei den Eldrasi, dass wenn du es wirkst, dass dann irgendein Trigger passiert. Sondern auch nur, wenn die Karte das Spielfeld betritt. Und bei den anderen Karten ist es teilweise anders gewordet, sage ich. Dass es, wenn es eine Hexerei ist, tust du ein Geschenk eben versprechen, dass es nur der Gegner bekommt, wenn die Karte auch dann am Ende verrechnet wird. Und das ist halt eine super gute Mechanik. Also ich meine, klar, die Karten sind nicht alle super stark oder so. Aber wenn du immer entscheiden kannst, wem du was gibst und nicht dem Spieler, den es wirklich betrifft. Das ist halt eine sehr politisch interessante Mechanik, oder? Ja, absolut. Ich finde, das ist eine richtig tolle Mechanik für Commander. Also vielleicht sogar die perfekte Mechanik. Ich finde, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht und nicht einfach, ja, reduziert die Kosten auf null, wenn der Commander draußen ist. Was ja wirklich eine simpler Geschichte ist. Sondern einfach gedacht, okay, wie kann ich schön was umsetzen. Ja, das denke ich auch. Also die, also ich denke, das ist wahrscheinlich eine der besten Commander-Mechaniken, die ich bisher gesehen habe. Ja, seit ich spiele auf jeden Fall. Genau, weil das ist halt so versatil. Also ich finde es halt so schön, dass man das verteilen kann, wie man möchte. Also wir kommen noch später zu den Karten gegebenenfalls, die wir uns rausgesucht haben. Aber diese Mechanik wird auf jeden Fall auch in der Top 10 Einzug finden. Das kann ich schon mal versprechen. Würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Mechanik. Und die Mechanik heißt Hamstern. Was ich sehr lustig finde, weil das ja so ein Tier-Set ist. Und Hamstern heißt ja, man will alles für sich nehmen. Oder Foraging auf Englisch. Und das kann man gut an der Karte Osteomagier-Adept zeigen. Kostet 1 und schwarz ist eine Kreatur Eichhörnchen-Hexenmeister. Hat 2,2. Und Todesberührung. Und man kann sie tappen. Bis zum Ende des Zuges kannst du Kreaturen-Zauberer aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu ihren anderen Kosten hamsterst. Falls du auf diese Weise einen Zauberspruch wirkst, kommt jene Kreatur mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel. Und um zu hamstern, schicke 3 Karten aus deinem Friedhof ins Exil oder opfere eine Speise. Falls eine Kreatur mit Endgültigkeitsmarke sterben würde, schicke sie sie stattdessen ins Exil. Und da würde mich jetzt mal sehr interessieren, Frau Hase, was denkst du von der Mechanik hamstern? Also ich finde es einfach eine schöne, flexible Mechanik, weil ich kann es sowohl bezahlen, indem ich einfach eine Speise opfere oder indem ich Karten aus dem Friedhof exiliere. Also ich habe einfach zwei Möglichkeiten, dass ich das triggern kann. Und es passt wirklich gut zu den Eichhörnchen, die ja auch immer ein bisschen Synergien haben mit Speisen. Und ich kann natürlich auch hier versuchen, dass ich meinen Friedhof voll mache, um dann in den Effekt zu triggern. Und das mit der Endgültigkeitsmarke ist ja auch nicht schlecht, weil wenn die Kreatur nochmal stirbt, geht sie ins Exil. Das verhindert ja auch ein Teilweise Kombos und solche Geschichten. Also schöne Sache. Also hat man wirklich gut drüber nachgedacht. Ja, also vom Flavor her finde ich es ziemlich cool. Ich finde nur für Commander ist es wahrscheinlich in Decks, die auch auf Speisespielsteine ausgelegt sind, wahrscheinlich eher zu sehen. Weil ich würde ungern, also ich bin halt immer so jemand, ich sehe alles als Ressource an. Die Karten, die im Friedhof sind, würde ich nicht unbedingt loswerden. Klar, wenn man an der Stelle Länder ins Exil schickt, ist es meistens nicht so wild. Aber drei Karten geht noch, aber kann auch mal schmerzhaft sein, wenn man die Karten vielleicht später noch irgendwie reanimieren könnte. Deswegen würde ich sagen, es ist eine Mechanik, die wahrscheinlich vor allem in Speisespielsteindecks Einzug finden wird. Und da gibt es ja auch schon einiges. Wir hatten jetzt mit Herr der Ringe schon die schwarze Farbe mit dabei, es gibt auch andere, grün auch noch. Und da passt wieder super gut. Du hamst das und isst ein Foodnacht. Das stimmt. Also ich würde es auch eher mit den Speisen spielen, als mit Karten aus dem Friedhof zu exilieren. Aber wenn ich mal keine Speise habe und im Notfall das machen muss, ist es ja einfach nicht schlecht, wenn es noch einen zweiten Weg gibt. Das stimmt, ja. Das ist nicht zu nischig. Da hast du auch wieder recht. Das stimmt. Also man kann zum Noten das noch anders aktivieren. Aber genau. Also ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Mechanik. Und ich denke, auf jeden Fall in dedizierten Decks wird die auch Spiel sehen, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Dann kommen wir, wir haben echt viele neue Mechaniken. Wir kommen zur nächsten. Die heißt Tapfer oder Valiant. Glaube ich auf Englisch. Und zwar am Beispiel der Saatcliffen-Mentor. Für eins Rot und Weiß. Eine Kreatur Maus. Soldat. Hat drei, zwei. Und eben Wachsamkeit und Eile und Tapfer. Das heißt, immer wenn der Saatcliffen-Mentor zum ersten Mal in einem Zug das Ziel eines Zauberspruchs oder eine Fähigkeit wird, den beziehungsweise die du kontrollierst, lege eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf ihn. Hört sich erstmal an wie eine sehr generfte Nardu-Fähigkeit. Also es trifft nur die eigenen Zauber- und Fähigkeiten. Und das ist sehr häufig so, dass diese Fähigkeiten nur einmal pro Zug getriggert werden. Bei der ja tatsächlich zum ersten Mal. Das heißt, sie wird nur einmal pro Zug getriggert. Ich nehme mal kurz noch weg. Ich finde die Mechanik jetzt nicht so stark für Commander. Ich glaube, die ist eher so eine Limited-Mechanik, wenn dann verschiedene Fähigkeiten drin sind. Es gibt viele aktivierte Fähigkeiten, glaube ich. Es gibt auch Equipments, weil mit Equipments würde man das auch triggern, wenn du es dann umequipst zum Beispiel. Aber ich denke, das ist eher eine Mechanik, die eher Limited-Play sieht und wahrscheinlich nicht in Commander. Was denkst du? Also ich sehe es tatsächlich auch so, dass es eher eine Mechanik ist für Limited oder sagen wir mal, vielleicht gibt es ein Maus-Deck in Standard, was dann mit Tapfer eben auch spielt. Was ich natürlich schön finde, ist, dass man einfach verschiedene Kreaturen auf dem Feld haben möchte. Ganz viele verschiedene, die sich gegenseitig triggern. Also so kleine wuselnde Mäuse. Also flavormäßig ist das schon richtig nett. Stimmt, aus dem Flavor her, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist schon eine sehr witzige Mechanik, weil alle so ein bisschen in der, wie sagt man da, in der Meute, in dem Ganzen werden sie halt stärker. Ja, stimmt. Das ist eine sehr schöne Analogie. Das ist ja auch so der Unterschied so ein bisschen zu Heroic. Da habe ich ja nur eine Kreatur, die ich versuche zu buffen und hier versuche ich das so ein bisschen zu verteilen. Also ich finde es tatsächlich wirklich eine schöne Mechanik, aber ich sehe es auch eher Limited oder dass es ein Standard-Maus-Deck gibt. Ja, das denke ich auch. Ja, sehr schön. Dann gehen wir zur vorletzten Mechanik, die wir vorstellen. Die heißt Aufbieten oder Expand auf Englisch. Auch wieder eine Karte am Beispiel und zwar Schrottklingen-Schergen für drei und Grul, Grul. Also man kann rot oder grün zweimal zahlen. Also fünf Mana insgesamt für eine Kreatur, Waschbär, Beserker, hat vier, fünf und verursacht Trampelschaden. Und immer wenn du vier aufbietest, erhält die Schrottklingen-Schergen plus zwei, plus eins bis zum Ende des Zuges. Und vier aufbieten bedeutet, im selben Zug dein insgesamt viertes Mana für das Wirken von Zaubersprüchen auszugeben. Das ist sehr, sehr seltsam gewördet. Bevor ich meine Einschätzung dazu abgebe, was denkst du von der Mechanik, Frau Hase? Also ich denke, die Mechanik belohnt eigentlich etwas, was man sowieso tun möchte in rot-grünen Decks. Also möglichst schnell viel Mana haben, viel Mana ausgeben, möglichst schnell zwei Sprüche spielen. Und ich fand es ein bisschen schade, dass die Waschbären in dem Set keine Schrott-Token-Mechanik gekriegt haben. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass die was mit Schrott-Token machen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht worden. Achso, du meinst die Mechanik aus Fallout wahrscheinlich. Die Fallout-Mechanik, ja. Ich habe nämlich den Text gelesen vom Commander-Deck und da stand ja was drauf, dass die was mit Schrott machen. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht kommen ja Schrott-Tokens. Nee, leider nicht. Schade, ja. Ja, ich finde die Mechanik auch interessant. Ich denke, die ist auch wieder so ein bisschen limited ausgerichtet. Allerdings, und das kam mir dann auch erst, als ich den Reveal-Stream mir angeschaut hatte, da habe ich auch darauf reagiert. Das kann ich auch mal verlinken in den Shownotes. Und zwar ist das Ding, dass wenn man die vierte Mana ausgibt für Zaubersprüche, das heißt, wenn man jetzt bei dir sagt, man gibt zwei Mana für zum Beispiel eben den Nachwuchs, diesen, was war das, diesen Opossum, den wir von eben haben, den wir eben hatten, den spielt man aus, hat zwei Mana schon ausgegeben und hat dann gegebenenfalls noch einen Pump-Spell auf der Hand. Und dann blockt der Gegner und denkt, okay, du hast ja schon, das hat ja dich getriggert oder so, wie auch immer. Und dann kann man im Nachhinein noch sagen, okay, ich tue jetzt noch irgendwie eine Karte spielen, die zwei Mana kostet und plus drei, plus drei und Trampelschaden gibt. Und dann spielt man das auf die und dann bekommt die nicht plus drei, plus drei, sondern plus fünf, plus vier. Und hat eh schon Trampelschaden, okay. Aber das ist so ein bisschen, was ich daran interessant finde. Ich bin, also es ist schön, man kann das in jedem Zug machen. Das Blöde dabei ist natürlich, man muss das immer tracken. Also man muss immer schauen, dass man, wie viele Mana man schon ausgegeben hat, das gegebenenfalls im Kopf machen. Wenn du das zu offensichtlich machst, dann vergätzt du im Gegner natürlich, was du da vorhast. Also ich meine, sollte man vielleicht trotzdem machen, aber prinzipiell ist es ein bisschen komplexere Mechanik, wie ich finde. Und es ist interessant. Also es kommt immer auf, wenn es da wirklich eine gute, starke Karte gibt, die mit eben dieser Mechanik aufbieten da ist, kann ich es mir vorstellen, dass sie in bestimmten Decks doch Spiel sehen kann. Aber ansonsten auch eher wieder Limited. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist eine schöne Limited-Mechanik, aber mit diesen Pump-Spells arbeitet man ja wirklich eher im Limited und wenn man eins gegen eins spielt, also die sieht man ja kaum in Commander. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Und das gilt ja nicht mit Fähigkeiten, das gilt ja wirklich nur für Zaubersprüche. Deswegen, ja, denke ich auch, eher eine Limited-Mechanik und dann kommen wir zur letzten neuen Mechanik, wobei das eigentlich für mich keine richtig neue Mechanik ist, aber so ein bisschen abgeändert. Und das können wir mal machen an der Karte, festmachen an der Karte Zeit des Unterschlups. Es geht hier um die Zeit der Pfotenabdrücke, so wurde das genannt in einem Artikel von Wizards of the Coast. Pawprint Season. Und Zeit des Unterschlups kostet eben drei und zwei Weiß, das ist eine Hexerei und sagt, bestimme Modi für bis zu fünf und eben diese Pfotenabdrücke. Du kannst denselben Modus mehr als einmal bestimmen und einmal einen Pfotenabdruck kostet eben Erzeuge einen 1-1 weißen kaninischen Kreaturenspielstein. Für zwei Pfotenabdrücke schicke ein nicht dann permanent deiner Wahl ins Exil, sein Beherrscher zieht eine Karte und für drei Pfotenabdrücke bringe ein Permanentkarte deiner Wahl mit Mannabdruck drei oder weniger aus deinem Friedhof mit einer Unzerstörbarkeit Marke ins Spiel zurück. Das heißt, man könnte beispielsweise fünfmal den ersten Modus auswählen, man könnte zweimal den zweiten auswählen und einmal den ersten oder man könnte sagen einmal den zweiten und dreimal den ersten oder einmal den dritten und einmal den zweiten oder man kann das quasi wild kombinieren, am Ende darf man maximal nur fünf von diesen Pfoten ausgeben. Und ja, es ist im Prinzip eigentlich einfach ein Modelspell, also ein modeller Zauber, wo man bestimmte Sachen auswählen kann, bloß ist das mit einer Art internen Währung gemacht, die man nicht erhöhen oder verringern kann durch andere Effekte, das gilt nur für diese eine Karte. Und da würde mich interessieren, was hältst du von dieser letzten neuen Mechanik? Nee, also Zeit des Unterschlups ist ja definitiv meine Lieblingskarte von diesen Pfotenkarten, allein schon, weil sie ja im ersten Modus diese ganzen Kaninchen macht. Und ich finde es schön an diesen Karten, dass die einfach so flexibel sind. Wir sind einfach gut, wenn ich die nur für fünf Mana ausspielen kann im frühen Spiel oder auch ein bisschen später. Und ich kann wirklich, ja, ich kann mir mehr Tokens machen, ich kann das mischen, wie ich einfach möchte. Und das Schöne ist dieser Effekt, der läuft ja immer über, der Trigger sind ja immer einzeln bei den Hasen. Also das triggert ja alles immer mit One or More. Und da kommt halt der eine Hase rein, triggert wieder einen anderen Effekt und so weiter. Und für die Mana-Kosten ist es halt auch einfach gut, weil das ist einfach so eine Mischung aus Sevin's Reclamation, aus einem schönen Removal-Spell und nochmal einem Spell, der uns fünf Hasen macht. Also es ist nicht zu teuer. Ja, sehr flexibel halt auch. Ja, absolut. konträr zu dem, was man normalerweise sieht, wenn man in letzter Zeit Sachen reanimiert, keine Endgültigkeitsmarke, sondern Unzerstörbarkeitsmarke, was auch ganz cool ist. Also auf jeden Fall eine bessere Sevin's Reclamation, die auch nur drei Mana kostet. Das Schöne, was ich noch daran finde, ist, da steht nichts davon bei dem zweiten Modus, dass man eine gegnerische permanente Karte ins Exil schicken muss. Man könnte auch sagen, ich muss noch eine Karte ziehen und schickt sich selber irgendeinen Token ins Exil und kann dann damit entsprechend dann, das finde ich ganz cool, sich selber eine Karte ziehen lassen. Also im Prinzip, ja, wenn man einen Speisespielstein rumfliegen hat und sagt, ich brauche jetzt noch eine Karte, dann schickt man halt eben seine eigene Speise ins Exil und zieht eine Karte. Finde ich auch ganz gut. Das ist super. Ich kann das ja auch zweimal triggern, wenn ich es denn brauche. Oder ich könnte, ne, das funktioniert nicht, dass man das so stackt, dass man erst sein Zeug ins Exil schickt und dann wiederholt. Das geht leider nicht, aber das geht nicht, genau. Ja, sehr witzige Mechanik. Ich denke, die Karten von dem von dem Cycle, die halt einfach stark sind, die werden ein Spiel sehen. Ist aber eigentlich keine richtig neue Mechanik. Es ist einfach nur eine Gewichtung auf einen modalen Zauberspruch, der einfach sagt, suche dir in der Gewichtung die Sachen mehrmals aus, wie du möchtest. Aber total süße Idee, das mit Pfoten abdrücken zu machen. Das stimmt. Und dann einfach auch noch zu sagen, okay, das ist die Zeit des Unterschlupfes, da sitzen die Hasen im Bau. Und draußen geht es rund. Ja, nee, das ist auch ein schönes Abwirken alles. Das passt sehr gut. So, dann sind wir jetzt durch die ganzen Mechaniken. Es waren echt viele und sehr interessante auch vor allem. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit den Top 10 Karten und Frau Hase, als Gast, darfst du anfangen, die erste Karte fortzustellen, die du dir rausgesucht hast. Ich habe mir die Abschiedsböe rausgesucht. Das ist ein Spontanzauber für zwei weiße Mana. Und zwar verschenke ich einen getappten Fisch und ich schicke eine Nicht-Spielstein-Kreatur meiner Wahl ins Exil. Falls das Geschenk nicht versprochen wurde, bringe jene Kreatur zu Beginn des nächsten Endsegments mit einer 1 plus 1 Marke unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Ja, also das ist ein richtig schöner Spontanzauber. Das heißt, ich kann das auf meine eigenen Kreaturen spielen, ohne dass ich jetzt einen Fisch verschenken muss. Und das ist einfach nur mal so ein Blink-Effekt für zwei Mana. Und den kann ich flexibel einsetzen. Also entweder, dass ich nochmal so einen Enter-the-Battlefield-Effekt nochmal trigger, oder auch, wenn meine Kreatur von irgendwas angezielt wird, kann ich die damit beschützen. Und wenn ich dann einen Fisch verschenke, schicke ich die Kreatur eines Gegners ins Exil. Und Exilen ist natürlich immer gut. Und wie du schon gesagt hast, bei Verschenken, ich muss dem Fisch ja nicht unbedingt den Gegner schenken, dem ich irgendwas ins Exil geschickt habe. Das ist auch wahr. Und vor allem bei der Karte finde ich halt, einen Fisch zu schenken deutlich entspannter, als beispielsweise eine Karte zu verschenken. Also das ist, häufiger habe ich, glaube ich, die Karte, also ich habe sehr häufig irgendwie gesehen, verschenke eine Karte. Und einen Fisch verschenken ist halt ein Commander so, naja, ist es auch noch getappt. Das heißt, du kannst trotzdem nur angreifen und so. Also das ist schon echt geil. Und das ist ein Hase drauf. Stimmt, und das ist ein Hase. Also flavor-technisch gleich Doppelplus, ne? Ja, absolut. Also wobei ich das jetzt auch nicht schlimm finde, wenn ich das richtige Deck spiele, dass ich dann gezielt eben auch Karten verschenke. Also ich kann natürlich auch dem Spieler, der am weitesten hinten ist oder der keine Handkarten mehr hat, eine Karte schenken und kann sagen, so, wie schaut es denn aus, mein Freund? Und lässt du mich den nächsten Zug in Ruhe, dann kriegst du eine schöne Karte. Ja, das ist mega gut. Also ich finde sie mich halt auch schön. Also absolut. Sehr genial. Auf jeden Fall. Also deswegen ist die nächste Karte auch eine Karte, die ich mir, also die ich mir rausgesucht habe, die eben auch verschenkt, was doch schön ist, oder? Und zwar habe ich mir die Karte rausgesucht Mürbemachen oder Weardown. Die kostet eben eins und grün ist eine Hexerei und die verschenkt eine Karte. Das heißt quasi, ich kann einen Gegner dann als ein Geschenk versprechen und dann zieht er eine Karte, sobald der Zauber verrechnet wird. Und er sagt, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, was für zwei Mana Hexerei nicht so krass ist, aber falls das Geschenk versprochen wurde, zerstöre stattdessen zwei Artefakte oder Verzauberung deiner Wahl. Und das ist, finde ich, halt mega gut eigentlich, für zwei Mana zwei Dinge wegzubekommen mit einer Karte. Und das allerbeste dabei ist, wir spielen den Commander zu viert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache mir Feinde, zum Beispiel, du zerstörst von dem einen Spieler einen Artefakt und von dem anderen eine Verzauberung und schenkst dem dritten Spieler eine Karte, beziehungsweise kannst du dann mit dem dann ausmachen, hey, wir sind fein, oder? Du kriegst die Karte und dafür lässt du mich im Zug in Ruhe. Das finde ich halt super genial. Also das ist so eine richtig tolle Mechanik für Commander. Ich würde sagen, das ist, wie gesagt, wahrscheinlich die beste Mechanik für Commander, die jemals gemacht worden ist. So einfach vom Flavor her, von der Idee her und die Karte finde ich einfach super. Was denkst du? Absolut. Ich kann natürlich auch sagen, oh, jetzt zerstöre ich immer deinen Soul Ring, aber schau mal, du kriegst eine Karte. Du kannst doch gar nicht sauer auf mich sein, oder? Also das denke ich auch, also es ist halt wirklich eine sehr gute Mechanik und eben die Karte ist jetzt, es ist wie gesagt eine Hexerei, wir wollen natürlich vieles in Spontanzaubergeschwindigkeit machen, aber für zwei Mahne als Hexerei zwei Dinge wegzubekommen. Stell dir mal vor, Turn 1 spielt in jemand einen Soul Ring, und der nächste Spieler spielt auch Turn 1 einen Soul Ring, der dritte spielt keinen Soul Ring, spielt einen Tabland und, oder sagen wir mal, Turn 2 zumindest spätestens und dann sagst du, okay, ich zerstöre jetzt die beiden Soul Ringe und der andere Spieler zieht eine Karte. Ja, das ist doch super, jetzt sind wir wieder alle auf dem gleichen Stand. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja. Es gibt auch weitere Karten, du hattest noch eine weitere gesucht, die auch so ähnlich ist. Ich habe, mir hat der Sog des Langen Flusses so gefallen, das ist ein Spontanzauber für zwei Blaue, ich verschenke eine Karte und dann kann ich einen Kreaturenzauber meiner Wahl neutralisieren, falls das Geschenk versprochen wurde, neutralisiere ich stattdessen einen Zauber Spruch meiner Wahl. So ein bisschen Arcane Denial mäßig. Genau. Nur, gut, ich ziehe dann natürlich keine Karte, aber ich verschenke dann natürlich auch nur eine Karte und keine zwei und ich kann es natürlich dann auch immer aussuchen, in welche Richtung es geht und bevorteile jetzt nicht unbedingt denjenigen, dessen Spruch ich zerstört habe. Ja, das finde ich auch sehr gut. Also wie gesagt, die Mechanik ist schon sehr, sehr spannend und die Karte finde ich auch eigentlich ziemlich witzig. Aber Frau Hase, was ist denn deine zweite Karte, die du rausgesucht hast? Meine zweite Karte, das ist der Warren War Leader oder Kriegsführer des Baus. Eine Kreatur Kaninchenritter 4,4 für zwei Beliebige und zwei Weiße hat Nachwuchs zwei und immer wenn ich angreife, bestimme eines, erzeuge einen getappten und angreifenden 1,1 weißen Kaninchen Kreaturen Spielstein oder angreifende Kreaturen, die ich kontrolliere, halten 1,1 bis zum Ende des Zuges. Ja, hat sicherlich das allersüßeste kleine Kaninchen Token, was es im ganzen Set gibt. Absolut. Wahrscheinlich sogar das süßeste generelle Token. Ja, wahrscheinlich. Weil das schaut echt süß aus. Das Witzige dabei ist, es ist immer so eine Kindervariante von dieser Hauptkarte und da siehst du ja quasi diesen Stab oder diese Blume, die eben der Kriegsführer des Baus hat und dann siehst du das kleine süße Häschen und dann fällt auch so ein... Mit so seinen Schlappohren und seinem Hasen, also das ist einfach richtig, richtig nett und was ich so cool finde an dem Kriegsführer des Baus ist, er muss ja nicht selber angreifen, dass dieser Effekt ausgelöst wird. Also ich kann mit irgendeiner Kreatur angreifen und wenn ich dann das Token noch draußen habe, habe ich den Effekt zweimal, also meine Kreaturen kriegen dann zweimal eins plus eins und so weiter, also und das Token kann ich natürlich auch, weil es ja ein ETB ist, eben noch verdoppeln mit so Panharmonikon Effekten. Ja, das stimmt. Also ich glaube vor allem dadurch, dass diese Spielsteine eben mehrmals liegen können oder eben mit Bevölkerung im Nachhinein noch kopierst oder so, es ist eine richtig, richtig coole Mechanik. Also ich glaube die Karten sollte man nicht unterschätzen, wenn man dann irgendwie die mehrmals kopiert, dann bekommen die nicht mehr alle auf einmal plus zwei plus zwei, weil eben die Kopie noch mit reinkommt und dann halt eben plus fünf plus fünf. Da hat man schon Beastmaster Ascension like Angriff und ja, finde ich super cool. Also so ist das so eine Adeline strahlende Katarerin als Hase. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, ja. Und wie gesagt, dieser Effekt, wie du auch schon gesagt hast, er muss nicht mal selber angreifen, macht ihn halt noch viel besser. Wenn du einfach mit irgendeinem Spielstein angreifst und generierst daraus Spielsteine, hört sich auf jeden Fall gut an, würde ich sagen. Ja, passt halt hervorragend in Token-Decks oder noch besser in Hasen-Decks. Also ich bin mir sicher, die Kadira Ruferin der Kleinen wird die Karte lieben. Ja, die finde ich auch sehr, sehr cool. Dann würde ich weitermachen mit meiner nächsten Karte, die ich rausgebracht habe und die ist deswegen in meiner Top 5 drin, weil sie halt perfekt in ein Deck reinpasst, was ich eben habe. Und zwar geht es um Irideskind Weinlöscher. Ich war sehr schlau und habe die Karte nicht auf Deutsch rausgezogen, was nicht schlimm ist, weil ich kann es hoffentlich übersetzen und zwar für ein Schwarzes. Das ist eine Kreatur, ein Lizard Assassine, was ist ein Lizard auf Deutsch? Egal. hat 1, 2 und hat eben auch eben die gleiche Mechanik mit Nachwuchs eben für 2. Das heißt, man kann wieder kopieren für 2 Mana, wenn das Spiel viel kommt. Und hat eben Landfall, also Landung. Das heißt, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, macht diese Kreatur einen Schaden auf einen Gegner deine Wahl. Und ich finde die deswegen so gut, weil ich habe ja ein Obnixeles Landfall Deck, also ein Mono-Schwarzes Landfall Deck. Und es gibt einfach nicht viele gute Karten in Landfall für Schwarz. Und das hier wäre wiederum eine der, sag ich mal, besten überhaupt. Denn Obnixeles sagt ja zum Beispiel, er macht, wenn ein Land kommt, verliert ein Gegner 3 Leben und du kriegst 3 Leben. An der Stelle ist es natürlich Schaden, aber bei Obnixeles ist es einfach wirklich Leben verlieren. Und dann legt man 3 1 1 Marken auf ihn. Wenn jetzt aber dieser Iridescent Weinläscher auf dem Spielfeld liegt und man hat ihn kopiert, dann verliert ein Gegner zumindest 5 Leben. Und dann wird es schon übel, wenn ein Fetchland reinkommt und man macht das Ganze nochmal und dann fährt ja 10 Leben insgesamt. Und man hat dann noch ein Crucible auf Worlds liegen und darf nochmal aus dem Friedhof das Fetchland spielen. Dann sind wir schon bei 15 Schaden und dann opfert man das wieder und sind bei 20 Schaden. Ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Karte für Landungsdecks und ich freue mich einfach darüber, dass ich ein neues Tool bekommen habe für ein Deck, was immer mal so leichte kleine Updates bekommt. Würde mich interessieren, was hältst du von der Karte? Also ich finde es eine richtig tolle Karte, also jetzt auch nicht nur für Commander, sondern auch für Formate, in denen generell viele Fetchlander gespielt werden. Also ich kann mir es jetzt zum Beispiel auch gut in Modern vorstellen als Finisher für Nado. Ist extrem günstig für ein schwarzes Mana, also sonst kosten so Landfall-Karten meistens ab drei Mana. Und das ist auch so eine Karte, von der ich denke, die hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, wenn es um starke Karten geht. Ja, das stimmt. Also jeder, der Updates schon gesehen hat, drei Leben verliert und das geht erst ab Turn fünf oder ab Turn sechs, je nachdem, weil der kostet fünf Mana und die kostet ihm nur einen Mana oder gegebenenfalls drei Mana. Ich glaube, die ist ziemlich gut. Die ist richtig gut. Ich glaube, die wird wahrscheinlich in mehreren Decks, die irgendwie Landung spielen und noch schwarz mit drin haben, in jedem eigentlich landen. Ein schwarzes Mana ist halt super. Oder drei kannst du dann in Zug drei spielen. Also ich glaube, Talia und das Gittrock-Monster, die Necro-Blüte, die freuen sich da sehr drüber über die Karte. Oh ja, ich befürchte auch, ja. Ja, eine sehr, sehr witzige Karte. Ja, dann, Frau Hase, kommen wir zu deiner nächsten Karte. Ich habe Phineas Aides Archer ausgesucht oder Phineas den Meisterschützen ist eine legendäre Kreatur Kaninchen Bogenschütze 2-2, ein grünes, ein weißes, Wachsamkeit, Reichweite und immer wenn Phineas angreift, lege ich auf jede andere Kreatur, die ich kontrolliere und die ein Spielstein oder ein Kaninchen ist, eine 1-plus-1-Märke. Falls dann die Kreatur, die ich kontrolliere, Gesamtstärke 10 oder mehr haben, ziehe ich eine Karte. Ja, also die Karte ist eigentlich nur gut, wenn ich Tokens auf dem Feld habe, also irgendwelche Tokens oder Hasen, Kaninchen. Bisschen schade, dass er auf sich selber keine 1-plus-1-Marken legt, aber dafür kostet er halt auch nur 2 Mana. Ich wollte gerade sagen, die ist so schon stark genug, oder? Ja, schon. Also vor allem so der Effekt, lege auf alle deine Kreaturen eine 1-plus-1-Marke, kostet ja normalerweise 4 Mana. Aber dafür hat er halt eben auch den Nachteil, er muss angreifen und er wird wahrscheinlich in diesem Angriff eben auch sterben. Ja, es sei denn, man hat irgendwelche Combat-Tricks oder man kann irgendwie, ja, zum Beispiel eine meiner neuen Lieblingskarten, die Brotherhood Regalia, ich weiß gerade, wie das heißt, spielen, womit man eine Kreatur und Blockbar macht und das für einen Mana war auch eine legendäre. Also, ja, ich denke, da gibt es schon ein paar coole Möglichkeiten. Da habe ich auch dran gedacht und in einem Kadira-Deck oder so spielt man ja sowieso Brotherhood Regalia mittlerweile und Whisper Silk Cloak und wenn ich den damit ausrüste oder Pionierstiefel auf Phineas, also das ist dann schon super. Ja, dann wäre es mit der Brotherhood Regalia nicht nur ein Kaninchen und Bogenschütze, es wäre auch noch ein Assassine zusätzlich. Ein Assassinen, Kaninchen, Bogenschütze, ja, das ist schon cool. Ja, das ist sehr cool. Also, ich finde die auch ziemlich stark. Ich denke, die, also vor allem in Grün-Weiß hat man in der Regel sehr, sehr viele Spielstein-Strategien und ja, die ist einfach super. Also, wenn man Adeline hat, die ja sehr viele Spielsteine ausspucken kann und die dann alle plus 1-plus-1-Marken kommen, weil man kann natürlich dann wieder beim Angriff entscheiden, wie die Trigger auf den Stapel gehen und dann entscheidet man, dass zuerst die Adeline triggert und die Spielsteine erzeugt und dann legst du auf allem noch 1-1-Marken drauf. Jikes, das hört sich stark an. Ganz, ganz viele hüpfende Hasen. Ja, das ist sehr, sehr cool. Ja, fällt mir auch sehr gut. Nächste Karte, die ich mir rausgesucht habe, ich glaube, die wird teuer auf lange Sicht, wenn sie nicht regelmäßig einen Reprint bekommt. Das befürchte ich auch. Vor allem, ja, wir kommen noch darauf zu sprechen. Und zwar geht es um die Drei-Baum-Stadt oder Three-Tree-City. ist ein legendäres Land und so wie die Drei-Baum-Stadt ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturen-Typ. Dann kann man das tappen und ein farbloses erzeugen und für zwei und tappen bestimme eine Farbe. Erzeuge so viel Mana jener Farbe, wie du Kreaturen des bestimmten Typs kontrollierst. Und das ist ein Effekt, den wir schon ein paar Mal gesehen haben, wie zum Beispiel eben auf Nyctos Shrine to Nyx. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt, die eben mit Devotion, also mit Hingabe zu einer Farbe arbeitet. Das heißt, man tappt die auch für zwei Mana und hat eben eine Farbe bestimmt und bekommt so viele Mana in den Pool, wie viel Hingabe man hat, was eben die Anzahl der Mana-Symbole auf Permanenten ist, die man liegen hat. Also von den Wirkkosten, sag ich mal. Und ich glaube, die wird in jedem Typel-Deck künftig, wenn man die spielen, weil in der Regel, wenn man Typel-Deck spielt, spielt man viel davon und wahrscheinlich auch noch Spielsteine und die zählen ja auch noch mit rein. Das heißt, ich habe ein Astra, wie heißt das nochmal, Ganax, ein Drachendeck zum Beispiel, ein blau-rotes und der macht auch viele Spielsteine eben mit der Fair-Wild-Visitor, was der Hintergrund ist und sagt immer, wenn du mit einer Kreatur, einer oder mehreren Kreaturen in den Spieler Kampfschaden zufügst, machst du eben einen Drachenspielstein und der macht dann wiederum halt eben einen Treasure-Token durch Ganax, weil er sagt, wenn ein Drachenspielfeld kommt, kriegst du ein Mana. Jetzt macht das aber mit den Drei-Baum-Statten auch extra viel Mana, weil du es ja tappen kannst und dann noch mehr Mana machen kannst. Ja, finde ich extrem krass Ja, absolut richtig starke Karte, richtig gute Karte, ist so ein Kandidat für eine 30, 40 Euro Karte, obwohl sie ja jetzt nur auf Rare gedruckt ist, aber die wird jedes Teipel-Deck haben wollen. Also ich empfand das noch so ein bisschen so, dass es so eine Mischung aus Nyctus, Schrein to Nix und Geyas Cradle ist. Geht so in die Richtung auf jeden Fall. Geht so in die Richtung. Hat auf jeden Fall die hübschesten Full Art Artworks mit diesen vier verschiedenen Jahreszeiten. Das erinnert mich so ein bisschen an Mischras Fabrik. Ja, ich finde die Karte auch mega cool. Also die ganzen Artworks, ich werde sie auch mal einblenden jetzt, wenn man das Video anschaut. Also die ganzen Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Tatsächlich ist die Seltenheit von allen gleich hoch. Man darf es da nicht veralbern lassen, denn bei den Basic-Ländern, bei den Standardländern, da gibt es eine gewisse Seltenheit. Ich glaube, die Winter sind am seltensten, die Karten, die mit Winter abgebildet worden sind, aber bei den Ländern ist es tatsächlich gleich selten. Und ja, wie gesagt, die wird man in jedem Teipel-Deck spielen. Ich habe einen Kumpel, der hat geschrieben, hey, ich habe nur Teipel-Decks, neun Stück, ich brauche die neun Mal. Naja, ich würde eher sagen, einmal kaufen und dann austauschen oder allerhöchstens vier Mal kaufen oder in den verschiedenen Artworks. Ich habe noch die Hoffnung, dass er nicht zu sehr teuer wird, weil es ein legendäres Land ist und für, sag ich mal, für Constructed, für 60-Karten-Formate, da wird es wahrscheinlich nicht unbedingt so relevant sein, wenn man sagt, es ist legendär, dann muss man eins nämlich der Länder opfern, wenn es zum Spielfeld kommt, aber trotzdem ist es, denke ich mal, ja, wird auf jeden Fall eins der stärksten und wenn nicht das stärkste Land sein, würde ich sagen. Wird bestimmt das meistgespielte werden, also entweder wird es die drei Baumstadt werden oder es wird der Tümpelhafen werden. Den Tümpelhafen magst du mir mal vorstellen. Darf ich mir mal vorstellen? Also der Tümpelhafen, das ist ein Land, der tappt für ein farbloses Mana, für zwei tappen Opfer einen Spielstand, sie eine Karte, für drei und tappen bezahle einen Lebenspunkt, erzeuge ein 1-1-blauen Fisch-Kreaturen-Spielstein, für vier und tappen erzeuge ich einen Schatzspielstein. Ja, das ist direkt, die direkte Konkurrenz zu drei Baumstadt zur besten Karte des Sets, würde ich einfach sagen. Der hört sich auch stark an, sehr, sehr flexibel, ganz viele Modi. Absolut, also ich kann irgendeinen Spielstein opfern, der rumliegt und ich kann eine Karte ziehen. Ich kann aber natürlich auch mir den Spielstein erst erzeugen, wenn ich unbedingt eine Karte ziehen muss, also einfach so richtig flexibel. Ich kann mir auch den Spielstein machen, wenn ich einen Blocker brauche oder wenn ich einen Angreifer brauche und wenn ich mal zu viel Mana habe, mache ich mir halt einen Schatzspielstein. Was möchte ich denn mehr? Kommt ungetappt rein. Ich finde es leider ein bisschen ein Flavor-Fail, weil ich möchte ja nicht meine Nachkommen opfern und schon gar keine Hasen um Karten zu ziehen. Das ist natürlich vom Flavor her nicht so schön. Nee, das ist jetzt nicht so schön. Ja, aber die Karte ist schon auf jeden Fall spannend, vor allem, weil bei dem zweiten, nee, bei dem dritten Modus, wo man einen Fisch, Kreaturen, Spülstein erzeugt, steht nichts dabei von erzeugt es als Hexerei. Nee. Das heißt, man kann das wirklich dann spontan. Das kannst du Instant Speed machen. Ja, und das ist dann wirklich stark, wenn ein 10-10er kommt und der hat keinen Trampel, dann zahlst du halt das eine Leben und drei, beziehungsweise vier Mana, weil man muss selber auch tappen und dann hat man einen Blocker. Ja, sehr coole Karte. Super gut. Jo, jetzt sind wir schon bei der Nummer zwei, Frau Hase. Was ist deine Zweitlieblingskarte? Also meine Zweitlieblingskarte, das ist der Valley Quest Caller oder Tal Quest Rufer, Kreatur Kaninchen Krieger, zwei, drei, eins und ein weißes und immer wenn eine oder mehrere andere Kaninchen, Fledermäuse, Mäuse und oder Vögel unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, wende Hellsicht eins an, andere Kaninchen, Fledermäuse, Mäuse und Vögel, die ich kontrolliere, erhalten eins bis eins. Ja, das ist sozusagen der Hasenlord, den wir bekommen haben in dem Set. Und weil er ja selbst ein Kaninchen Krieger ist, synergiert er ja wirklich am besten mit den Hasendecks, mit den anderen Typen natürlich auch, aber definitiv weniger. Und vielleicht hat man den halt im Limited als gute Karte, um die anderen Typen zu unterstützen, aber ich persönlich würde den halt einfach in Hasendeck packen. Und dieses Kartenauswahl, Card Selection mit Hellsicht ist natürlich auch immer gut. Und er passt auch wirklich toll zu anderen Karten, die wir schon gesehen haben, wie diesem erfahrenen Baumwächter oder dem Droide des Spatens. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt genügend Karten haben, dass wir ein reines Hasenteipel-Deck bauen können. Und das wäre richtig cool. Also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil ich glaube, es gibt sogar ein dediziertes Commander-Deck mit Kaninchen, glaube ich. Ja, ich bin tatsächlich gespannt auf das Commander-Deck. Ich habe mir die Spoiler noch nicht angeschaut. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Kaninchen drin sind. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, also ich gehe auch davon aus. Und ich finde bei der Karte cool, dass es, es ist ja kein reiner, sag ich mal, Kaninchen-Lord. Sondern man kann das ja theoretisch für alle anderen Typen, die da eben auch mit abgedrückt sind, auch mit reinnehmen, was ich gut finde. Und dass man das eben wiederholt immer machen kann mit der Hellsicht 1, das ist schon relativ stark. Es ist schon ein bisschen schon aufgepasst worden, weil Weiß und Hasen schreit ja nach Spielsteinen. Und wenn man jetzt 20 Spielsteine macht und 20 mal Hellsicht durchführen könnte, deswegen stelle ein oder mehrere andere Kalidien und so weiter. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannend und die wird auf, ich meine, die liegt ja sehr früh für zwei Mana ist die echt günstig zu spielen und kann man dann davon profitieren. Also das ist schon, ja, eine sehr, sehr nette Karte auf jeden Fall. Und gerade wenn man dann wirklich Hasen-Tokens macht, die 1,1 sind, dann hat man direkt schon mal plus 1 drauf, dann sind es zwei Zweier-Hasen. Ja. 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 Sehr schöne Karte, auf jeden Fall. Also die, wenn man in dem Typen unterwegs ist und in den Farben, kann man sich auf jeden Fall überlegen, die reinzutun. Würde ich auch machen, auf jeden Fall. Okay. Dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten, zu meiner zweiten Auswahl. Und ich muss noch dazu sagen, dass diese Auswahl wollte ich eigentlich noch anpassen. Ich habe es aber zeitlich irgendwie vercheckt noch zu machen, aber die könnte auch theoretisch auf Platz 1 sein. Und es geht zwar um die Waffenruhe bei Morgengrauen oder Dawn's Truth. Für 1 und Weiß ist es ein Spontanzauber, man verschenkt eine Karte und du und Permanente, die du kontrollierst, erhalten Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Falls das Geschenk versprochen wurde, erhalten Permanente, die du kontrollierst, außerdem Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Und das schreit nach Heroic Intervention, weil das vom Effekt her sehr ähnlich ist. allerdings muss man eine Karte den Gegner ziehen, also einen Gegner ziehen lassen, damit das auf dem fast gleichen Level wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser ist, denn Heroic Intervention gibt all deinen permanenten Unzerstörbarkeit und eben auch Fluchsicherheit, aber nicht Fluchsicherheit einem selbst. Das kann ja auch mal manchmal relevant sein, wenn ein Gegner zum Beispiel sagt, er kann jetzt einem Gegner 40 Schaden schießen mit einem, oder ne, 50 Schaden mit einem Ätherflux Reservoir und du spielst daraufhin die Karte und gibst dir Fluchsicherheit. Schon eine sehr, sehr spannende Karte und ich denke, die, also wenn man sich Heroic Intervention anschaut, vom Preis her auch und generell, dass die halt auch sehr viel Spiel sieht eben in grünen Decks, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Staple werden kann für Commander. Was denkst du? Ja, absolut. Also ich finde das alternative Artwork, was wir haben von Waffenruhe beim Morgengrauen wunderschön und allein aufgrund des wunderschönen Artworks hatte ich mir schon überlegt, ob es jetzt nicht meine beste Karte wird. Ja, das schaut schon gut aus. Ich blende es ein und das schaut echt sehr, sehr cool aus. Es ist auch dieser Vogel drauf, der ja auch eine legendäre Kreatur in dem Set ist. Also wunderschön gemacht. Also ich finde es auch wirklich genauso gut wie Heroic Intervention und es schadet ja einfach nicht, wenn man verschiedene Karten hat, die man spielen kann, die den gleichen Effekt haben. Weil man möchte ja jetzt nicht unbedingt in jedes Deck das gleiche reinpacken. Aber man möchte halt tatsächlich wirklich den Effekt einfach haben. Und so kann man halt einfach mal ein bisschen variieren. Gut, sie ist jetzt ein bisschen schwächer als Tiferis Schutzbahn, weil es gibt eigentlich keinen besseren Schutz außer destabilisieren. Und je nachdem, wie teuer die Karte wird, finde ich, dass sie wirklich ein guter Ersatz dafür ist. Leider nützt sie jetzt nichts gegen sowas wie Sunfall oder Farewell, aber ich finde, sie hat einfach genauso das richtige Power Level für Commander. Tiferis Schutzbahn ist schon ein bisschen ja, es ist ein bisschen stärker, ist schon je nachdem, welches Power Level man spielt, vielleicht auch ein bisschen drüber, aber das ist ein schöner, feiner, spontan Zauber. Ja, und vor allem, wenn man wirklich den Weg gehen muss, dass man noch unsere Sterbarkeit braucht, weil ein Boardwebe gespielt wird, musst du jemandem eine Karte geben. Also ich meine, an der Stelle ist es noch ein bisschen balancierter als heroische Intervention. Ja, sehr schön. Also absolut fair, also ich meine, ich kann ja das tatsächlich dann aussuchen, wem ich die Karte geben möchte, wenn jetzt noch alle vier Spieler da sind, dann kann man tatsächlich dann noch was Nettes aushandeln vielleicht. Nicht dem, der das Boardwebe gespielt hat. Das hast du erst erworben. Nee, eher weniger. Du, wenn es die letzte Karte in seinem Deck ist, oder wenn ich Schaden verursache, weil er eine Karte ziehen muss, also. Oder ich, man kann einen anderen Deal machen, man sagt dann, okay, wenn du jetzt das Boardwebe spielst, lasse ich dich eine Karte ziehen. Hm, auch wieder interessant, ne? Ja, auch wieder interessant, ja. Also sehr, sehr flexibel, sehr schöne Karte. Ja, finde ich auch, ja. Sehr gut, dann kommen wir jetzt zu deinem Top Pick, Frau Hase. Was hast du dir rausgesucht? Naja, ich habe mir natürlich einen Hasen rausgesucht, das ist Braike Long Ear of the Law oder Braike, das Langohr des Gesetzes. Ach, ich liebe diesen Namen. Alleine deswegen hat er es da rein geschafft. Ist eine legendäre Kreatur, Kaninchensoldat, vier beliebige, grün und weiß, 4-4, hat Wachsamkeit und wenn er ins Spiel kommt, lege ich je eine 1-plus-1-Marke auf bis zu zwei Kreaturen meiner Wahl und immer wenn eine Kreatur mit einer 1-plus-1-Marke, die ich kontrolliere, angreift, verdoppel ich die Anzahl auf ihr. Und er hat Wachsamkeit, also wird beim Angriff nicht getappt, ist immer super für weise Kreaturen. Ich finde ihn fast ein bisschen teuer für 6-Mana, liegt vielleicht daran, dass er aus den Starter-Decks kommt und deswegen ein bisschen gebufft wirkt. Und weil er 6-Mana kostet, sehe ich ihn auch eher so in den 99 als als eigenen Commander. Ja. Ich finde die Karte auch ganz witzig, wie gesagt, ich hatte ja mal einen Hamza 1-1-Marken-Deck, der würde ja bestimmt gut reinpassen, dann könntest du ihn vergünstigt spielen mit Hamza, macht im Prinzip alle Kreaturen-Zauber, um 1-1-Mana günstiger für jede Kreatur, die ein oder mehrere 1-1-Marken auf sie legen hat. Und dafür wäre das die perfekte Karte, die würde ich sofort in das Deck reinnehmen. Und das Schöne dabei ist, er selber muss nicht angreifen, um diese Fähigkeit zu triggern, was auch wieder ganz gut ist. Das heißt, wenn man mit dem nicht durchkommen möchte, hat aber eine Hydra liegen, die Trampel hat und nur 1-1-Marken drauf liegen hat, verdoppelst du die und dann, ja, kann schon stark sein in bestimmten Situationen. Ich sehe ihn tatsächlich wieder so in meinem Kadira-Deck, dass Kadira draußen ist, er kommt rein, ich verteile eine 1-1-Marke auf Kadira, ich tue das, was Kadira am besten tun möchte, nämlich angreifen und dann verdoppeln. Ja, sehr stark, also für Commander-Decks, die mit 1-1-Marken arbeiten und die Farbkombination haben, auf jeden Fall definitiv zu überlegen, würde ich sagen und in manchen Decks vielleicht sogar ein sehr gutes Staple, würde ich sagen. Absolut und wie gesagt, Langohr des Gesetzes, also einfach, ja, das Langohr des Gesetzes, ja, das Langohr des Gesetzes mit dieser Karotte, die er da schwingt, also richtig cooles Artwork, toller Name, also ich mag ihn total gerne. Ja, die ist echt sehr schön gemacht. Jetzt kommen wir zu meinem ersten Pick und eigentlich wollte ich noch ein bisschen umarrangieren, aber ich wollte die in meine Top 5 mit reinnehmen und diesmal ist es zum ersten Mal, weil ich das Artwork so krass finde, dass ich deswegen auch die Karte mit reingenommen habe, unter anderem, also nicht nur wegen der Mechanik, sondern auch wegen dem Artwork und zwar geht es um Eluge, die uferlose See oder Eluge, the shoreless See. Für 1 und 3 Blau, also schon relativ schwer zu zaubern, sage ich mal, eine legendäre Kreatur, Elementarwesen Fisch hat Stern, Stern und sagt, Eluges Stärke und Widerstandskraft sind gleich der Anzahl an Inseln, die du kontrollierst und immer, wenn Eluge in ein Spiel kommt oder angreift, lege eine Flutmarke auf ein Land deiner Wahl. Es ist zusätzlich zu seinen anderen Typen eine Insel, solange eine Flutmarke auf ihr liegt und der erste Sponsanzauber beziehungsweise die erste Hexerei, den beziehungsweise die du pro Zug wirkst, kostet beim Wirken für jedes Land einer Flutmarke, das du kontrollierst, blau oder generisch weniger. Und ich muss erst mal auf das Artwork eingehen. Für die, die zuhören im Podcast, die können es natürlich nicht sehen, das ist quasi so eine Riesenwelle zu sehen, die nach rechts raus geht im Bildschirmrand und man sieht so einen Riesenfisch und leuchtend, ein leuchtendes blaues Auge, was eben rausragt und nebendran ist eine Otter oder so oder auf einem Boot oder zerfetzten Boot und ich finde es deswegen so cool, weil ich öfter mal irgendwelche Videos in bestimmten sozialen Medien reingeschwemmt von irgendwelchen bedrohlichen Situationen auf See und ich finde nichts bedrohlicher, also nichts macht mir so ein bisschen, gibt mir mehr Gänsehaut und so ein bisschen ich würde nie auf so einer Situation sein wollen, wenn du so Riesenwellen siehst, so Riesenwellen, die dann kommen und da kommt dann diese Musik dazu und ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sehe und denke mir so, boah, dieses Artwork erinnert mich mega daran und da kommt auf einmal so ein Fisch raus, dessen Mund wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 Meter lang ist oder so, richtig krass zum ersten Mal, wie gesagt, dass eine Karte wegen dem Artwork in die Top 5 bei mir mit reinkommt, aber die Fähigkeit ist ja auch nicht schwach, also was ich halt cool finde an der Karte, sie macht ja die ganzen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Flutmarken auf Länder draufzulegen, glaube ich, ich habe mir jetzt nicht alle rausgesucht, die es gibt, aber sie ist nicht die einzige Karte, die das kann, soweit ich weiß und wenn man jetzt quasi, sagen wir mal, ja, man hat sowieso mehr Inseln dadurch, also man macht auch andere Länder zu Inseln zusätzlich, das heißt, sie wird dadurch auch stärker und kann sich selber ein bisschen auch dann wieder einfacher zaubern, später, wenn sie mal entfernt werden sollte, sie macht das beim Entspielkommen und beim Angriff, das heißt, das würde, wenn man angreift, das zweite Mal triggern, das heißt, das ist auch schon gut und sie macht halt pro Zug die Zauber billiger, das heißt, irgendwann, vor allem, weil es auch die blauen Mana günstiger macht, ist es möglich, vielleicht zu doublespellen, auch in gegnerischen Zügen, finde ich mega krasse Karte, also die hat mir richtig gut gefallen, was hältst du von der Karte vor Hause? Also ich finde die auch absolut cool und was mir auch wirklich gut gefallen hat, ist dieses, nennen wir es mal Monsterbuch Artwork, das finde ich sowieso ein richtig toller Frame, weil es einfach diese großen Elementarwesen nochmal zeigt, als wenn man wirklich in so ein altes Biologiebuch reinguckt und da ist jemand auf diese Welt gekommen und hat dann diese großen Elementarwesen studiert, also das ist richtig cool und wie gesagt, Flutmarken finde ich sowieso ein sehr spannendes Thema, ich habe ja schon mal ein bisschen länger überlegt, ob ich nicht mal mit Chola Toya die heitere Flut, so ein Deckbau, rund um Thema Flutmarken und die zweite Fähigkeit ist einfach klasse, weil sie die farbigen Mana Kosten reduziert, also er kommt halt einfach rein und dann kann ich im ersten Zug ein Brainstorm ohne Kosten spielen, im Zug zwei kann ich dann schon mal so ein Counterspell für umsonst spielen, also das Ding hat einen gewissen Schneeball-Effekt und er reduziert auch X-Kosten, was natürlich auch sehr interessant ist, ist glaube ich ein richtig guter Finisher in Control-Decks. Oder halt, es gibt auch so in Spontanzaubergeschwindigkeit Karten, die für X und blau blau oder so in Richtung Karten ziehen können und das kann natürlich auf lange Sicht halt auch richtig gut funktionieren, also die, und vor allem die Marken bleiben auf den Ländern liegen und die Länder werden meistens nicht so so häufig zerstört, also es gibt es schon, aber das heißt, er baut sich nicht komplett ab, wenn er einmal abgeräumt wird, sondern der funktioniert immer noch gut, wenn er das zweite Mal liegt, also deswegen, ja, finde ich die eigentlich ziemlich spannend an der Stelle, wie gesagt, auch wegen dem Artwork mit reingenommen, weil ich es einfach total, ja, gruselig und faszinierend zugleich finde, es ist einfach, ja, finde ich mega. Ja, gute alte Mehrvolk-Taktik, mache die Länder deiner Gegner zu Inseln und greife dann mit Inseltarnung an. Stimmt, das ist auch eine Möglichkeit, du hast recht, ja, ich hatte, es gab da irgendeine Karte, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, ich werde es jetzt einblenden, die auch auf Länder, auf ein Land, was noch keine Insel war, so eine Marke draufgelegt hat und das war dann aber nicht zusätzlich eine Insel, sondern einfach nur eine Insel und damit kann man natürlich auch ziemlich hart nerven, wenn ihre Länder nicht mehr andere Farben machen als Blau. Oh ja. An der Stelle ein bisschen fies, aber der ist ja relativ vielseitig, weil der macht es ja zusätzlich zu einer Insel, das heißt, sie tappen auch noch für die anderen Sachen, die sie sind und machen noch andere Dinge. Ja, Wahnsinn, sind wir durch mit unseren zehn besten Karten aus dem Set, ich finde es mega gut, jetzt würde uns natürlich interessieren, was sind denn eure Lieblingskarten aus Bloomberg? Habt ihr da irgendwelche, die ihr schon ins Auge gefasst habt? Habt ihr welche gefunden jetzt von denen, die wir vorgestellt haben? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr von dem Set und von allen von euren Lieblingskarten haltet. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch am Ende kurz in die Endphase. Ich wollte eigentlich das direkt den Cleanup-Step nennen, aber ein bisschen können wir noch quatschen und zwar nächste Woche gibt es die Top 5 Commander und zum ersten Mal in der Geschichte von Mann als Zug habe ich den gleichen Gast nochmal als Gast und zwar in der Folge darauf. Das heißt, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche auch wieder, Frau Haas, richtig? Oh ja, ich freue mich auch schon riesig auf die Folge. Hat wirklich Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr, sehr flavorfulles Set, muss ich sagen. Also es hat nicht enttäuscht in der Hinsicht, dass einfach so viele schöne Karten drin sind und so viele Flavor, also so schöne Mechaniken, die ineinander greifen, die gut funktionieren, zumindest vom ersten Blick. Denn ich werde es auf jeden Fall noch zum Pre-Release spielen und ja, ich bin gespannt, wie sich die Karten, die wir uns rausgesucht haben, so spielen werden. Jetzt würde mich dein erstes Resümee noch interessieren zu dem Set. Wie kommt es bei dir an? Bist du auch so begeistert? Erfüllt es deine Erwartungen oder wie siehst du es? Also es hat meine Erwartungen mehr als erfüllt, weil ich das Set einfach so schön finde. Also ich finde die ganzen Artworks schön, angefangen von den ganz normalen Full Art Standard Ländern bis hin zu diesen speziellen Artworks. Ich finde, es sind wieder schöne Ideen drin für neue Commander. Es sind wirklich gute Cummins und Uncummins in dem Set. Also die Mischung ist halt einfach schön. Und ich finde es auch toll, dass jetzt viele Tribes Unterstützung bekommen haben, die jetzt noch nicht so die Unterstützung hatten. Also Waschbären zum Beispiel war jetzt überhaupt nicht das Thema. Aber mit dem neuen Set haben die richtig viel bekommen. Natürlich freue ich mich riesig, dass jetzt auch Hasen wirklich gute Unterstützung bekommen haben. Und ich finde auch diese Draft Archetypen, die sie sich ausgedacht haben, einfach richtig schön. Also Frösche finde ich auch super cool mit den Blink-Effekten. Passt auch ganz gut. Der Frosch hüpft weg und kommt wieder. Also es ist schon auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde, da ist ganz, ganz viel Liebe in dieses Set reingeflossen. Von dem Punkt, wo man sich Mechaniken ausgedacht hat, Karten und die Artworks dazu getan hat. Also richtig, richtig schön. Also das ist so, ja. Schöner Set. Absolut. Ja. Absolut. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, nach unserem kleinen Resümee darfst du noch gerne den Zuhörenden noch mal verraten, wo kann man dich denn eigentlich finden? Ja, man kann mich auf YouTube finden. da habe ich einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal namens Frau Hases Fantastische Welt und da würde ich mich freuen, wenn ihr mich besuchen würdet. Natürlich findet man mich auch auf Instagram und auf TikTok. Genau. Und falls ihr es nicht direkt finden sollt, natürlich packe ich wie immer die ganzen Links von Frau Hase in die Shownotes und in die Videobeschreibung. Und dann möchte ich mich noch mal herzlich bedanken, Frau Hase, dass du Lust hast, heute hier Gast zu sein. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass ich hier zu Gast sein durfte. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Kommandospielen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020